Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch mal über ein paar Neuerungen informieren, die jetzt in die nächsten Woche reinkommen werden oder vielleicht auch schon nächste Woche reinkommen werden. Und zwar nächste Woche kommt hier wieder ein kleines Update, also ohne Download und ohne Downtime. Dort wird eine neue Waffe reinkommen, die wir jetzt auch schon sehen können. Tilted Towers wird wahrscheinlich reinkommen, dazu habe ich allerdings gestern schon ein Video gemacht. Link dazu ist in der Videobeschreibung, könnt ihr auf jeden Fall auschecken. Und es wird dann noch eine neue Funktion für den Itemshop rauskommen, wann genau die Itemshop-Funktion rauskommt. Wissen wir noch nicht, allerdings sind dazu schon ein paar Sachen in Gamefiles zu finden. Ich würde mal sagen, wir beginnen mit der Waffe als erstes und zwar ist das die Automatic Sniper Rifle. Ja, hat auf jeden Fall mittlere Munition, die die verbraucht. Nicht wie, das ist glaube ich der einzigste Sniper jemals, die keine schwere Munition verbraucht. Davon hat man natürlich auch ein bisschen mehr. Hat allerdings auch nur 35 Damage, 16er Magazin und auch 3,42 Sekunden Nachladegeschwindigkeit. Die Waffe wird, das ist eher eine blaue, also ungewöhnlich, selten, episch und legendär gegeben. In vier Varianten ist es ziemlich viel, das heißt man wird sie auch überall eigentlich finden können. Macht dementsprechend dann immer ein bisschen weniger Schaden, etwas geringe Nachladegeschwindigkeit. Man hat eine Vierer Schussrate. Kann ich mir ganz gut vorstellen, wird wahrscheinlich mit Bullet Drop und so alles sein und nicht Insta Hit. Ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu treffen sein. Allerdings wird die wahrscheinlich auch eben halt, oder man benutzt sie dann nur auf Nahkampf oder so ähnlich. Kann auf jeden Fall eventuell ganz stark werden. Dann würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Sache und zwar die neue Item Shop Funktion. In der Item Shop wird eine Funktion kommen, dass man voten kann für bestimmte Items. Wenn man jetzt zum Beispiel als Auswahl hat, dann irgendwie drei verschiedene Sachen, die es gibt oder so ähnlich, die man dann im Prinzip haben kann. Dazu werde ich euch jetzt auch mal ein Bild einblenden, wenn das hier mir angezeigt wird. So, jetzt sieht man es hier. Ich mache es nochmal groß. Hier auf jeden Fall sehen wir im Prinzip am Anfang so ein Voting, wie stark das für das Item gevotet wurde. Dann sehen wir hier, wie viel für den Rest gevotet wurde. Und da kann man dann eben halt irgendwie abstimmen, vier verschiedene Gegenstände oder so. Ist das nun kein Leak-Bild, sondern nur ein Konzept? Und ich denke mal, so ähnlich wird es aber auch schon im Game dann sein. Und dann hat man irgendwie vier verschiedene Items und da wird sicherlich nicht direkt Ghoul Trooper oder Ricken Expert oder irgendetwas reinkommen. Sondern vielleicht irgendwie verschiedene Skins, die 200 Tage lang nicht mehr im Shop waren. Oder eine Spitzhacke, ein Skin, ein Gleiter und ein Contrail irgendwie, das lange nicht mehr drin war. Dass die alle eigentlich relativ gleiche Chancen haben, wieder gevotet zu werden. Dass man dort eben halt so ein bisschen entscheiden kann, was will die Community am liebsten drin haben. Und dann kann man eben mal zum Beispiel sagen, wenn man mal den heutigen Itemshop nimmt und dann hier vielleicht gesagt wird, will man den Wukong am liebsten zurückhaben oder will man die Drachenachse am liebsten zurückhaben oder Lama-Glocken-Emote oder die Dschungelspärerin, kann man eben mal dazwischen auswählen. Und dann kann man für eine Sache voten. Das Voting geht irgendwie ein paar Stunden und dann am nächsten Tag wird das eben halt so reinkommen. Ich denke, es wird eine ganz coole Funktion werden. Das war jetzt auch ein kurzes Informationsvideo für euch und ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Gleich wird auch noch der Livestream auf YouTube online gehen. Ich glaube, ich werde jetzt vielleicht eher wieder auf YouTube streamen. Ich muss da gucken, wie ich das Ganze regle. Auf jeden Fall, wenn euch diese Videos gefallen, ihr in Zukunft keine Livestreams und generell Videos verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Und ich würde mich auch über ein Like freuen. Schreibt mir gerne auch Feedback in die Kommentare und dann bis zum nächsten Video oder Stream. Ciao.